Level 3, Minus 121 Walzer mit verschiedenen Bässen Was weiß ich? Wir spielen erst mit der ersten Zeile C Akkord G7 Akkord Spielen jetzt mit Daumen einen Basslauf G, A, H, C Als nächstes spielen wir keinen C Bass Sondern mit dem zweiten Finger einen E Bass Lassen den Finger aber, erster Finger liegen Spielen weiterhin C Zweite Zeile Wieder E Bass Kein Akkord, D Bass Aber Akkord G7 Das heißt, der erste Finger drückt auf der ersten Seite das F Wieder Basslauf C Akkord G7 Akkord Und C Akkord Ende Wir spielen zusammen ganz langsam 1, 2, 3 1, 2, 3 G7 Basslauf G, leeres A Zweiter Finger C Akkord Zweiter Finger geht auf E G7 G7 C E Bass D Und jetzt der Finger auf F Wieder Basslauf Und wieder C Akkord G7 Und natürlich wieder C G7 G7 D D Untertitelung des ZDF, 2020